Na alle zusammen, mich hier ist wieder heute und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount aus dem Adenwald und zwar hier dieses schicke Einhorn und dieses schimpft sich Schimmernebelläufer und wo wir das herbekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Im Endeffekt ist es eigentlich relativ einfach. Der Mob, der hinter mir ist, der schimpft sich Schitzger, würde ich jetzt mal sagen und den müssen wir umboxen und nachdem wir es umgeboxt haben, können wir hier einmal den Gaul anklicken und dann kriegen wir das Mount. So weit, so einfach. So ganz einfach ist es nicht, denn wir müssen vorher ein kleines Rätsel-Maze lösen und wo wir sind, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir befinden uns hier hinten auf den Koordinaten 26, 58 und dort müssen wir hin und diesen Rare umhauen. Der ist nicht sonderlich schwer, ich mit nicht mal 150er Item Level konnte ihn alleine runterzergen. ist relativ einfach machbar. Wir müssen jetzt aber durch dieses Maze hier, also hier ist so ein kleiner Irrgarten, müssen wir durchlaufen und zwar den richtigen Weg müssen wir beschreiten. Wenn ihr den falschen Weg beschreitet, einfach hier mitten durch rennt, dann ist zwar der Rare da, aber ihr könnt ihn nicht angreifen. Wir müssen dementsprechend jetzt den richtigen Weg suchen. Und ich zähle jetzt mal mein zweites WoW rüber, da habe ich nämlich Tomcat Tours, das ist ein Add-on, hier noch offen. Und da habe ich dann auch den Weg nur offen und zwar, ihr lauft hier oben rein, dann habt ihr hier das Maze, dann ist es so, dass ihr hier nach rechts lauft, bis hier zur ersten Einbiegung, lauft ihr hier bis zur nächsten Weggabelung, dann lauft ihr wieder nach links weiter, dann einmal hier so quer gerade durch und dann rum und zum Boss rein. Und dann könnt ihr den Typen auch angreifen, wenn er da ist. Mir wurde zwar gesagt, dass der längeren Respawn-Timer hat, bei mir war er jetzt aber nach wenigen Minuten da, ich habe ihn jetzt vorher selber umgehauen, jetzt ist er schon wieder gespawnt, das ging relativ schnell. Ich würde sagen, wir laufen den Weg jetzt noch einmal kurz ab, dass wir das zusammen auch einmal drin haben. Bei mir hat es aufs erste Mal geklappt, vielleicht braucht ihr ein, zwei Mal, bis ihr da durchkommt. Es gibt nämlich hier auch eine Möglichkeit, die Akku ein bisschen zu verringern, dementsprechend könnte das vielleicht dem einen oder anderen helfen. So, wir gucken, dass wir jetzt an den Startpunkt gehen, dann müssen wir hier hinten rum. Und hier ist übrigens noch ein anderer Rare, der auch einen Mount droppen kann, das werden wir uns später eventuell angucken. Übrigens, wenn ihr Stealthen könnt, tut ihr euch wesentlich einfacher, hier durchzukommen. Also, es geht los, wir sind jetzt hier am Startpunkt, ihr lauft von hier oben, achso, ich muss noch ein bisschen weiter hoch, ich bin noch nicht ganz am Startpunkt. So, jetzt darf man mal, dass wir den Rare hier nicht adden, den brauchen wir nämlich nicht. So, wir sind hier am Startpunkt, hier oben, und jetzt müssen wir quasi hier rüber laufen, dann laufen wir hier rein, dann laufen wir einmal hier ein bisschen rum, hier rüber, dann quer hier durch, zack, und hier rum. Und dann könnt ihr ihn umboxen. Das machen wir jetzt mal ganz schnell. Also, wir laufen hier rein, dann laufen wir hier rüber. Übrigens, ihr könnt diesen Pilz mitnehmen, dann werdet ihr nach oben geschleudert, und der Deckungsradius ist dann wesentlich eingeschränkt, also ihr könnt euch die Mobs nicht so gut sehen. So, das ist jetzt die erste Einbuchtung, da laufen wir jetzt so rein, in diese erste Einbuchtung. Dann stehen wir jetzt quasi hier in dem Feld drin. Jetzt müssen wir erstmal so ein bisschen hier rüber, denn wir wollen dann quer so rüber. Also müssen wir erstmal hier rüber laufen, also wir laufen hier rüber, und jetzt sind wir quasi hier und können quer da so rüber rennen, also hier vorbei, und dann können wir quer hier durchlaufen. Ihr seht, hier gehen wir komplett an diesen Pillern vorbei. Also nicht da rein, sondern hier geradeaus. Und dann ist hier schon der Platz, wo wir reinkommen, also laufen wir jetzt hier rein. Die Mobs sind eben, die meisten neutraler, gibt es nur ein paar, die euch angreifen können, hier rein. Und dann seht ihr, ich kann ihn angreifen. Der ist schon wieder gespawnt, also was ich so nachgelesen habe, mehrere Stunden Respawn-Zeit stimmt auf jeden Fall nicht. Der ist nach zwei, drei Minuten wieder da. Ihr müsst nur das Mace richtig laufen. Heißt, das ist eine Sache von keinen fünf Minuten hierher zu laufen. Mace durch ihn, ihr seht, 176k Leben hat er. Den kriegt man auch mit einem schlecht-equipten Dauer. Und mein Char ist jetzt immer noch nicht so gut equipt. Also das klappt auf jeden Fall. Genau, dann killt ihr ihn, klickt das Mount an, könnt ihr es looten lernen, habt das Mount, fertig. Mehr ist es tatsächlich nicht. Wenn es euch hilft, ihr könnt hier diese Add-ons euch auch holen. Das heißt Tomcat-Tours und dann eventuell noch Handynode, Shadowlands. Die beiden sind ganz praktisch. Dann werden euch diese Rares vorangezeigt. Da stehen auch immer ganz nette Tipps drin. Gut, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, dürft ihr mich gerne positiv bewerten. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Taylor. Bis zum nächsten Mal. Ciao.